ja hallo freunde willkommen zu einer neuen folge von kühnes koch kanal heute mal auf einem anderen wochentag das haben wir aber schon angekündigt ja weihnachten ist so schnell vorbei wie es gekommen ist ja und heute machen wir mal ein bisschen leichte kost es gibt ein süppchen und zwar machen wir heute eine lachssuppe viel spaß hier nun unsere zutaten für unser lachs süppchen wir benötigen 500 gramm lachsfilet zwei lorbeerblätter zwei möhren eine porystange den abrieb von einer zitrone bzw den saft auch davon vier kartoffeln da habe ich so mittelgroße genommen 50 milliliter weißwein gemüse von das sind 400 milliliter das ganze wird aufgegossen mit wasser noch dass wir einen liter bekommen pfeffer und salz zum würzen und noch koch sahne und was habe ich vergessen die butter zum anbraten das sind ungefähr zwei esslöffel unser gemüse habe ich nun klein geschnippelt die porystange in ringe kartoffeln in würfel und die mürchen in scheiben das ganze wird nun in der butter etwas angeschwitzt ja aber wie ich das mache zeige ich euch gleich so unsere butter habe ich nun erhitzt da rein kommen nun klein geschnippelten gemüsesorten kartoffeln pory und mürchen die dürfen dort ein wenig anschwitzen doch aber ich glaube nicht dass wir das die ganze zeit finden das denke ich auch nicht wir melden uns wieder wenn die sache so ein bisschen fortgeschrittener ist unser gemüse schön angeschmort ihr seht wir haben auch schon einige röstaromen nun lösche ich das ganze mit den 50 milliliter weisswein ab und den saft einer halben zitrone ich habe erstmal nur die halbe zitrone ausgepresst weil unsere zitrone sehr groß war eventuell nehmen wir den saft der anderen hälfte noch mit dazu aber das müssen wir dann abschnecken nun kommt noch unser gemüse vor dazu und 600 milliliter wasser damit wir auf einen liter aufgefüllt haben und das ganze darf so 20 25 minuten köcheln ich gebe nun doch noch den saft von der anderen hälfte der zitrone rein und unter anderem unseren zitronen abrieb und wie gesagt das ganze darf köcheln was ich auch schon bei gebe sind die beiden lorbeerblätter 25 minuten kochzeit sind um die kartoffeln und die mörchen sind gar vom lauf ist fast nichts mehr zu sehen nun gebe ich unsere kochsahne dazu und schmecke das ganze noch mit salz und pfeffer ab frisch gemahlener pfeffer dazu ich denke das sollte reichen das ganze rühr ich unter nun kommt mal die probe mit dem löffel ja ich denke erstmal reicht das und nun gebe ich für fünf minuten noch unseren lachs dazu den habe ich klein geschnitten meinst du wir kommen mit fünf minuten hin ja dann werden wir sehen ob er dann schon gar gezogen ist das ganze lassen wir leicht köcheln nochmal einen deckel drauf und dann sehen wir uns entweder beim teller bild wieder oder sagen noch mal dass es länger geht so sieht nun unser rüppchen aus ich habe noch etwas petersil darüber gestreut ich finde das zur deko sehr schön und geschmacklich glaube ich würde sich nichts nehmen wer dill zu hause hat nimmt halt dill passt auch sehr gut bei mir gibt es ein graubrot dazu bei helmut gibt es weißbrot dazu und nun lassen wir es uns schmecken ja kurzes fazit leichte kost aber sehr sehr lecker uns hat es super geschmeckt und anne hatte noch eine kleine idee also man könnte es auch so machen bevor man den lachs reingibt dass man vorher alles püriert dass man eine schöne cremige suppe hat also es ist geschmackssache wir sind erst später drauf gekommen weil ich die mürchen ja nicht so mag dann wären sie schön einpüriert gewesen naja aber auch so eine feine sache solltet ihr unbedingt ausprobieren und ist auch schnell gemacht so wie geht es weiter wissen wir selber noch nicht wir haben jetzt anfang januar beziehungsweise gleich am ersten noch einen kleinen geburtstag denken nicht dass wir am zweiten januar noch ein video schalten können aber wenn ihr ein abo habt kriegt ihr es eh mit durch die aktivierte glocke wenn ihr noch keins habt könnt ihr es immer unten rechts nachholen ja ich gehe mal davon aus wir sehen uns am 9 januar zu einer neuen folge wieder ja anne und ich wünschen euch guten rutsch alles gute bleibt gesund und hoffentlich wird es nächstes jahr alles besser bis denne tschüss kühne kochkaner kühne